moin moin meine lieben zocker freunde ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren folge workers and resources hier auf kante zockt schön dass du wieder eingeschaltet hast ich möchte mich wieder mal bedanken für die tollen kommentare die da wieder reingeflattert sind es ist echt wahnsinnig gut was man hier bei euch alles so lernt ich freue mich hier unten kommen die letzten stahlteile für unseren busbahnhof also bus haltestellen sogar kein bahnhof das heißt wir vorne müsste dies gleich fertig sein ordentlich mit dem hammer drauf rum kloppern hoffe ich zumindest dass es so klappt will nicht so so wir werden heute uns ein bisschen drüben um die neue außen öl außen stelle kümmern dann werden wir ein bisschen in kies investieren und wir werden uns gleich unsere feuerwehrwagen kaufen ich finde das ist schon ein ganz schöner fortschritt nun bau doch fertig 98 niedrige dann ist es demnächst fertig wir werden benachrichtigt super so wir sind jetzt hier auch soweit angekommen mit zwei packern sogar und bauen hier auf unserem abrissbüro rum dann können wir noch unsere schnee räumfahrzeuge ihre neuen ihre neue heimat geben und wir brauchen auch noch ein paar müllfahrzeuge wir haben jetzt ja schon ein oder mal müllwagen spezifisch haben wir haben jetzt den hier 62 kamen die fahren schon 80 85 sogar kann aber nur vier tonnen der kann sechseinhalb er kann auch sechseinhalb fährt aber ach so das sind die beiden selben ich glaube die hat mir einen absatz container haben wir noch keinen anderen der kann fünf tonnen fährt aber 80 km ich glaube das wäre für unsere außen stellen die wir da haben gar nicht so schlecht wenn ich jetzt aber schnell noch mal gucken wie schnell die erfahren können dass 60 km hat durchaus im moment unsere höchstgeschwindigkeit das heißt wir werden uns von jedem noch mal einkaufen einfach noch mal investieren ihr wisst ja es ist immer wichtig zu investieren wir haben jetzt schon preislich gesehen ganz gut was geschafft wir sind von von unseren geldern her noch ganz gut dabei beleuchtet unser seegrün ich weiß jetzt noch nicht ob das gut ist oder nicht aber sind die wolken nach jahr sind die folgen finde ich super hier haben wir auch die straße schon fertig kieslaster fährt wieder weg das heißt wir werden hier unsere hauptstraße weiter planen geht er an snap an so dass wir bis hier hinten jetzt weiter kommen baupriorität niedrig arbeiter auf der baustelle da wollen wir jetzt nicht die große investition machen sondern eher die kleinere wir können erst mal also das geht ja wieder weg wir können ja erst mal alles andere soweit planen wir müssen ja auch an die pumpen ran kommen mit straßen glaube ich war das richtig ja da würde ich nämlich auch erst mal jetzt diese nicht so kostenintensiven straßen nehmen auch wenn man dann langsam hin fährt aber die brauchen keine schnellen straßen an der stelle super hier hinten haben wir noch eine ölquelle das sieht fast super aus und dann haben wir irgendwo noch eine hier hinten genau aber die kann auch ja können wir auch jetzt machen bevor sie anfangen zu bauen sonst haben wir gleich wieder zwei punkte weil ich gerade sagen zwei baustellen so das heißt hier sind die müssten jetzt auch bauämtern zugewiesen werden genau wie dabei haben wir aber unsere beiden kostenlosen das heißt ja aber unsere baustelle so das heißt hier brauchen wir aber auch noch mal betonmischer kommen wir nicht drum herum denn werden wir auch hier noch mal eine planiere auch bekaufen wir hatten immer die genommen super offene ladefläche wir sind mit den fast nicht skoda sind wir gefahren dass 62 reicht uns locker viel schneller fahren die hier nämlich nicht 12 meter 5 meter lang nur aufliegen ok 28 ton 13 ton zuladung also da kommt noch ein fahrzeug deswegen können wir hier kein weiteres kaufen hier aber noch genügend zur verfügung neue baustelle zu weisen brauchen wir nicht quellgebäude haben wir sehr gut das heißt wir kaufen auch hier noch mal ein fahrzeuge wir brauchen eine offene ladefläche das was eben nicht geklappt hat und kippa bleiben wir auch bei den t 38 das fahren weil ich echt gut mit 70 km h die fahren zwar viel aber langsam die fahren schnell aber wenig also sind was man muss so sein mittelweg finden und die haben auch leistungstechnisch wissen super bin ich richtig gut so damit wir auch ordentlich bauen können haben wir jetzt erstmal ein paar fahrzeuge geholt wir werden auch ich hoffe dass wir das schaffen das ist so der plan dass wir die warte wir wollen wir die ganze zugplanung noch mal das ist ja ich würde da ganz gerne das öl erstmal mit dem zug raus werden wir noch die forschung machen und dann wenn wir die forschung fertig haben das öl natürlich verarbeiten das heißt wir werden jetzt erstmal unsere ölpumpen vereinen flüssig güter rohrleitungspumpe und haben dann hier drei drei zu einem ja ich würde da durchaus nicht zu wenig plan das haben wir hier auch so da kommen wir nicht mit rum rüber da können wir ruhig oberhalb machen weil das nicht zu weit weg ist wie oben von oben kommen und hier gesehen wir planen immer unterirdisch läuft alles klar ja auch daran unterirdisch noch mal gucken das sieht gut aus man kann das den radios natürlich noch ein bisschen beeinflussen aber da nicht viel bauen wir und von hier hinten wollen wir natürlich auch noch mal die leitung daran klemmen zu lang ich habe es mir ja fast gedacht mal gut wir müssen eine rohrleitungspumpe haben haben wir noch irgendwie eine verlängerte rohrleitungsanschluss ausland auch so haben wir noch nicht das heißt wir brauchen hier noch mal eine unterirdische genau aufteilen brauchen wir nicht vielleicht finden wir ja noch ein ölvorkommen t spiegeln also wir wollen da unten rein so ungefähr müsste das erreichen ich hoffe das reicht von der entfernung her hatte ich nicht auch egal wir brauchen uns ist wichtig dass wir die das rohrleitungsgerät hier kriegen okay das heißt wir müssten jetzt unterirdisch dann kommen wir da auch ran dann kommt die pumpe und dann reicht es auch wenn wir jetzt noch mal können schön radios setzen dann kommen wir da nämlich auch mit ran das ist gut so das heißt die verkehrt kabelungen haben wir auch schon nicht vergessen bauen lassen ja wir müssen nachher unbedingt sehen kommt der packer schon mit dem denkst an wer bringt kies ölförderpumpen jetzt kommen die ganzen ölförderpumpen die sind natürlich drüben mit dem bauamt drin haben wir hier haben wir doch gesagt dass er hier einladen kann quergebäude haben wir gut okay so unser bahn unser bus bahnhof hier hinten ist fertig dann wird schon erste a gäste das heißt wir werden jetzt unseren bus ein bisschen umplanen der hier die ganze zeit fährt den hier 11 arbeiter drin das ist super davon die meinten nur aus dem ausland also werden wir noch mal eben die leute abkippen lassen und wenn er dann wieder hinfährt dann holen wir uns den ins depot ist das der abgenutzte 21 prozent also wir haben einen der ist noch mehr abgenutzt aber das wahrscheinlich einer der von anfang an auf der baustelle dabei war hier fährt den müllabfuhr was der bus denn jetzt ach so da fährt ja auch noch ein heizberg brauchen wir ja auch nicht mehr aber in die klinik sollten wir noch mal flott fahren lassen flott fahren lassen damit wir genügend ärzte haben aber es müsste auch sich gleich so aufgeht also ich hoffe mal dass das klappt so langsamer fahren lassen und dann fährst du mal ins depot wir haben kein fahrzeug doch da fährst du jetzt mal hin und wir löschen jetzt mal alles raus dann setzen wir eine neue linie und werden ein bisschen pendeln und zwar hier zwischen und dort zwischen so ist mein plan du fährst jetzt trotzdem erstmal ins depot was mal kurz eine pause also sehr heizungsproblem heizungsproblem siehst du das haben wir wieder vergessen wir brauchen hier wieder volle arbeiter zahlen haben wir hier nicht genügend brauchen wir noch mal ein paar einwohner würde ich sagen von hier nicht absolventen verlegen bis zu 10 wo die leute da rein genau dass wir hier wieder vollzählig sind und hier wieder alle zur arbeit gehen können und wir keine heizungsprobleme haben ich hoffe das regelt sich das heißt er fällt jetzt hier immer pendeln hin und her der bus gleich also jetzt noch nicht aber es ist er vorher getankt und dann können wir auch schon starten mit der linie wir kommen auch schon die ersten die hier warten das heißt ganz normale frage sie können von ja gut sie kommt hier natürlich überall ran aber habe hier auch arbeitende also nur wartende passagiere die nur ein bisschen hin und her fahren wollen gut ist denn so okay so wir haben jetzt hier müll container und co das heißt es mangelt uns an nichts das heißt wir können hier unseren absatz container wagen wieder in unser vorläufiges abriss büro stecken weil das brauchen wir denn ich habe mir jetzt mal eben aufgefallen wo haben sie es jetzt doch schon weg hier haben wir noch alte mittelspannungsleitung abriss ist da aber es ist fertig aber dafür nicht keinem abriss büro zugeordnet keine bauämter es liegen keine abriss büros in reichweite nicht so viel reichweite hier in der bus aber kein bus mehr immer doch wie sieht das hier jetzt aus temperatur super hier fährt auch alles sehr gut also hier ist alles schwer am arbeiten löppt das heißt müssen jetzt noch mal weitermachen mit wird das hier nicht vergessen und nicht fertig so ich würde nein ich würde nicht ich werde flüssig güter wir brauchen ein lagertank das heißt wir haben dann hier vier ölförderpumpen 1 2 3 4 4 förderpumpen und wenn wir da jetzt nur so ein kleines lager nehmen ich glaube das wird nicht reichen das heißt wir werden hier gleich ein großes tanklager bauen davon hier drüben gleich ange angefahren werden wollte ich gerade sagen aber das gefällt mir noch nicht das gefällt mir bauen wir mal mit raster man sehr gut mal ein bisschen scrollen 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 mit wird er noch gerade vorliegen da noch ein hoch ein rüber nein ein hoch ein rüber spiegeln wir noch mal damit wir die straße auf der anderen seite haben nein geht nicht nein geht nicht nein geht nicht so das heißt wir kommen von links mit 0 und von unten und hier können wir dann noch eine schöne seitenstraße anbauen und das lagern wir dann hier mal gucken im untergrund sieht wundervoll aus ja aber auch alles dann haben wir hier zumindest erst mal die lagerung das heißt hier können wir haben immer nur immer noch genügend platz für unsere schienengeschichte dann haben wir noch keine feuerwehrautos gekauft jetzt aber feuerwehrautos kaufen und dann gehen wir noch mal hinten nach der wo die da wo die hat ja keinen keiner was zu geschrieben ich möchte es trotzdem gerne machen damit wir eher vom kies unabhängig werden vom einkaufen her zukunftsspiel ist ja ich möchte ganz gerne den kies denn halt auch so haben dass wir hier gar nicht großartig noch da hinten hinfahren müssen sondern dass der zug hier den kies irgendwo zwischenlage bauen sind baubüros das ist so mein zukunfts wunsch freudensprung gerät so wasser 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 haben wir alles heizung hat er nicht wasser druck haben wir brauchen feuerwehrautos da kam ja in den kommentaren einiges ich habe jetzt noch mal geguckt ich finde wir sollten jeden unterstützen aber das schaffen wir leider nicht leiterwagen weiß ich jetzt nicht ich würde den hier nehmen als leistungsstärkte weil sie haben ja alle eine stufe stufe 20 19 17 23 und hier hier würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen hat er wenig leistung und wie braucht mit die geschwindigkeit noch nicht hier haben wir die 85 km h das heißt wenn wir später mal so weit sind haben wir den hier als vorausfahrendes fahrzeug und den skoda nehmen wir dann als hohes stufen fahrzeug dass wir den dann halt auch als leistung haben ich habe auch eben noch mal geschaut das heißt wir haben jetzt gleich auch die feuerwehr aktiv ich hoffe dann kriegen wir auch feuerwehrleute das sehen wir aber dann wenn das alles klappt können wir die einstellung immer noch so machen dass wir auch da vorankommen so öl öl sind sie jetzt schwer anbauen hier kommt schon der erste bagger wieder weg das heißt die haben die bagger arbeiten haben sie fertig ok also wichtig ist dass wir die leitung haben dass wir nichts von dem öl verschenken also das muss flubbern das heißt wir werden das ding hier als hohe priorität einstufen ach die siehst du die leitung hatte ich noch gar nicht gebaut die leitung hier als hohe priorität und den zusammenschluss hier also hohe priorität dass wir das als erstes bauen und fertig haben die hauptstraßen finde ich jetzt nicht so richtig klar die brauchen ein bisschen länger zum fahren finde ich jetzt aber auch nicht schlimm ich weiß gar nicht ist die abnutzung auf den straßen auch höher weil er nun auch diese sand aufwäbeln und so ich weiß es nicht hier kommen bauteile so abrissbüro haben wir ja auch schon im bau das ist hier das große abrissbüro auch ja mittlere priorität ist ok gehen wir hinten nach der voli und werden hier noch mal ein bisschen theorie bauen weil da hinten läuft das jetzt alles ganz gut zufriedenheit 78 jahre konnte keine kultur genießen auch gehen also wenn wir jetzt erstmal mit dem öl schon einiges zu tun was wir jetzt bauen wollen das heißt das können wir mal ein bisschen beschleunigen temperatur geht weiter runter wir sind im oktober wir hatten ja die heizung für den sommer runter gedreht aber ok wir haben jetzt ja hier die kiesgrube die kiesgrube läuft er hier über das förderband nach oben und das heißt wir brauchen da erstmal ein lager dies grube finde ich jetzt gut als lager jetzt nicht so wichtig deswegen würde ich dahinter ein kleines lager setzen vorher aber noch wenn wir noch an liefern wollen wäre es ja wichtig wenn wir an liefern wollen dass wir auch hier mit dem lkw an liefern können beispielsweise wenn wir jetzt ok haben wir gar nicht so viel kies da haben wir noch eine kiesquelle da noch eine kiesquelle und dort auch wenn wir das jetzt mit dem lkw beispielsweise hier zuliefern wollen dann wäre es natürlich gut wenn wir da herankommen würden das heißt wir würden dann ein kleines nehmen und hätten dann beide angeschlossen so dass wir die zulieferung hinkriegen können es ja später immer noch umbauen wenn wir jetzt sagen wir brauchen ein größeres lager im moment sehe ich da die die den bedarf aber nicht im moment bin ich froh wenn es erstmal läuft guck mal dicht wie möglich sauber weil wir brauchen noch viel platz für die anderen sachen ja dann habe ich mir ein mod runtergeladen für verschiedenste kieswerke ich habe mir mal unsere originalen angeguckt und finde es ok kieswerk ich finde die machen ganz schön viel umweltverschmutzung aber wir können ja auch nehmen also 9,3 tonnen beispielsweise jetzt an umweltverschmutzung 12,6 tonnen die großen ich weiß jetzt nicht was da jetzt so die große umweltverschmutzung ist an einem kieswerk wenn die zu zerschmettert werden die steinchen in kies hier in der mod ist es so dass das kleinste zwar auch noch mal 7,2 tonn macht die anderen sind aber dann war 1,2 2,4 und 1,2 tonnen da können wir ja noch mal drüber reden das heißt werdet ihr damit einverstanden wenn wir jetzt ich würde jetzt die 100 tonnen geschichte machen ich will nicht gleich auf groß bauen und so ich weiß dass wir es irgendwann brauchen aber ich würde halt das gerät hier nehmen da brauchen wir mehr ziegel und stahl dafür brauchen wir in dem original halt eher asphalt und mehr stahl und auch asphalt und co dafür werden wir hier halt mit mehr ziegel belastet dafür brauchen wir weniger stahl das wäre so meine option bis dahin können wir das ja schon mal so lassen wie es ist und irgendwann bauen wir darauf hoch immer drauf los wir könnten die straße natürlich bis hier vorne schon mal freigeben wenn man gesagt ach so die haben wir schon freigegeben besser wird sich das heißt den setzen wir aus und den setzen wir aus recht gewusst es wird es hat es schon bauern beharrt bader harad bauernd ok na gut hier sind sie auch schon schwer anbauen ich finde das aber auch mal ganz cool wenn man nicht diese gebäude vorsieht wie sie aussehen sondern einfach auch mal sieht wie der fortschritt ist so sieht man ja auch dass hier hinten kein bauamt ist wieso sieht man immer gleich die gebäude dazu so was haben wir denn hier einen passagier und von hier nimmst du mit 19 passagiere die darüber fahren o feuer heute gut dass wir eine feuerwehr haben und habt ihr gesehen gleich beide autos hin läuft also ich habe gar nicht geguckt ob wir jetzt unsere links da haben aber wir haben uns erstes feuer erlebt gelebt und geschafft vorher gelöscht ein gebäude brennt am 4 november für einen tag direkt danach sauber heizungsproblem immer noch ok regierungsloyalität da müssen wir noch was machen neues fahrzeug typ gibt es den ok bau beendet busbahnhof fahrzeug typ fahrzeug gemacht wurde gerade neu gemacht forschungsprogramm abgeschlossen in der parteizentrale ach wir können das nächste branche das haben wir geforscht können wir jetzt verteilungsbüros bauen ne können wir noch nicht da würde ich sagen drücken wir da einfach noch mal rein das ist im moment für uns am wichtigsten dass wir da die verteilung ein bisschen fokussieren im moment geht es natürlich sehr gut ich würde auch ganz gerne für diese loyalitätsgeschichte gibt es hier solche tollen denkmäler und ich finde das passt hier genau hin wenn wir uns das mal so angucken hier so vor die uni denn feststecken auch den stromkasten so ein bisschen dahinter oder mit total super passt da sehr gut rein bau priorität niedrig wir haben erst mal viel viel anderes zu tun wie sieht es hier überhaupt aus wir sind es schwer anbauen das ist gut aber da brauchen wir jetzt auch nicht so die masse hier drauf hier sind sie nebenbei am straße bauen das heißt wir werden hier noch mal die planung weiter führen ach so hier haben wir heute wird sich näher lass uns die mittlere spur nehmen das ist schon ganz gut so weiter machen wir jetzt hier rauf gehen guck mal sauber genauso werden wir das machen auch du niedrig nein jetzt haben wir wieder ok ich kann manchmal die füße sich still halten ich habe jetzt gedacht wir haben jetzt wieder alles resettet sowie bei der brücke wissen nicht immer das irgendwie davor die straße die wir hinten noch mal angeklemmt haben und heute gesagt hat nur das bräuchten wir theoretisch auch nicht mehr das sträselchen hier hätten wir früher mal gedacht rüber zu gehen aber ich finde das da schon ganz gut da holt er betonen beton natürlich hier ist auch unterwegs ach das wird schon alles richtig schön werden wenn ich mir ja noch vorstelle hier dass das bahnbauamt glaube ich brauchen wir also wir sind jetzt soweit gerade vor die müssen jetzt erst mal morseke ist das nicht sogar etwas ist gar nicht okay sind sie schon am bauen das ist gut erstmal ist jetzt genau erstmal ist jetzt wichtig dass wir die sachen hier fertig haben dass wir lagern können dann habe ich hier die straßen anschluss gemacht und die haben wir nicht mehr ach du ernst ist nicht wird das denn gebaut stimmt diese kante dann haben wir den auch jetzt zugewiesen wie da war hier könnten wir dann das als hohe priorität auch noch und dann können wir die als erstes fertig bauen was wir denen erstmal sagen niedrig auch niedrig und hier baut er schon okay ja dann die am weitesten weg ist jetzt erstmal niedrig also hier können wir erstmal später was machen so gesundheit ist auch okay schlaganfall oder herzinfarkt 56,9 prozent lebenserwartung sinkt 75 jahre war ich bei 80 schon ich weiß es gar nicht jetzt hier niedrige können wir auf mittlere gehen und bauen wir die halt doch schon was was fehlt uns denn am meisten hier fehlt uns wahrscheinlich am meisten der keys und die arbeiter ich würde jetzt auch nicht halt wird da nicht so viele arbeiter reinstecken und ich glaube wir brauchen noch ein bus und die arbeiter zu transportieren das heißt wir wollen uns hier noch einen bus ist immer gut ich bleiben wir wollen es ist und kipp belast da haben wir drüben diese bäude in gang oder kann man es von ihr drüben noch einholen nichts ja alle erfahren ist jetzt schon da hinten hin man muss ja so sind wir jetzt auf einmal jetzt sind es auf einmal hier hinten am baum ist jetzt echt hier hinten weiß kalt hatten wir das vorher nie freigegeben hatten wir jetzt gesagt mit niedrige ich hoffe niedrige wird so wichtig ist dass ihr euch heizungs gut war es schon wieder allen bad allen bad ja das hatten wir letztes mal schon rausgefunden dass das heilen bad keine heizung hatte noch das heißt wir brauchen eine fernwärmepumpe klein ja klein wärmetauscher 300 kubik das ist dasselbe wie eben dreifache schaffte dreifache verbrauchter ich würde sagen wir bauen gleich groß weil wir ja hier hinten noch weitere gebäude bauen wollen braucht das ding arbeiter ich glaube nicht das heißt wir werden dann können wir das tauschen 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 nicht viel okay da wir hier hinter ihr nicht viel bauen können und werden werden wir das teil hier hinten ansetzen muss aber gucken wie ich das setzen kann das sieht total gut aus wird schon wieder feuer wo ist feuer feuer alles gut wir wollten noch ein anderes kranken noch an einen krankenwagen kaufen hatten wir jemand gesagt so das heißt wir werden jetzt von hier aus wasser unterirdisch wir brauchen immer großes rohr wir haben kein unterirdisch wir müssen von oberirdisch auf unterirdisch gehen das heißt wir müssen jetzt erst mal ach die können nur klein weil klein ja okay jetzt unterirdisch weiter das ist jetzt wieder groß klein wir suchen das immer so einigermaßen gerade hinzukriegen damit wir die anderen leitung nicht stören und bauen das ganze mal für die zukunft ist ja auch doof wenn kein warmes wasser im schwimmbad ist oder ach das ist schon schön das kleine städtchen oder nicht total schön wir kriegen immer noch neue einwohner dazu wir haben keine 21 jährigen ohne wohnung das ist auch für mich wichtig heizwerk läuft heiß wasser haben wir gut so wir hatten jetzt hier noch die abriss geschichte hatten wir jetzt hier schon ein ansatz container wagen hatten wir hier wieso kriegen wir das hier nicht weg weil da keine straße ran führt glaube ich wir versuchen noch mal das abriss gerät hier weiter zu machen da brauchen ist 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 weil auf der anderen seite ist auch kein anschluss mehr das heißt da sind schon weg gerissen Frage ist jetzt sie kommen wir jetzt noch daran muss ich jetzt wieder bauen um abreißen zu können und die anderen stehen ja auch schon gar nicht mehr ist ja nur noch der hier ob ich da mein fußweg ran da würde ich sagen habe ich mich mal verbaut wir gehen da ja schon weiter also wir hätten jetzt noch hier den einen anschluss frei verbrauch ist doch übersichtlich ich würde ganz gerne hier hinten auch noch ein transformationshäuschen transformationshäuschen ein umspannwerk hinsetzen damit wir hier unten auch noch mal die entlastung ein bisschen hinkriegen könnten wir sogar hier vorne wird hin bringen wir haben jetzt da haben wir ein da mal das wäre schon ein bisschen zu nah fast das heißt theoretisch wäre hier hinten noch eins von guter idee Polizei nicht erschienen hier im blick Polizei ist nicht erschienen als kürzlich ein verbrechen geschah ist die Polizei nicht zur Untersuchung am Tatort erschienen das problem ist wenn wir jetzt Polizei planen das werden wir nächster nachher Zukunft planen müssen ähm weil was man so aus anderen let's plays mal raushört ist ja dass man so ab 1000 Einwohner durchaus eine Polizei braucht und man braucht nicht nur die Polizei man braucht auch das Gericht und man braucht auch ein paar Zellen wo man die dann hinstecken kann wenn die ähm ja wenn die verurteilt werden und dann brauchen wir auch noch ein Waisenhaus weil wenn ein Straftäter verurteilt wird und ein Kind alleine ist das ist ein Weise das heißt dafür brauchen wir erstmal ganz viele Gebäude und bis dahin geht ganz viel Zeit ins Land okay wir können das hier aber auch jetzt bauen da werden wir nichts mehr dran rütteln ich weiß nur noch nicht was wir hier mit machen ich würde ganz gerne das Ding hier aufteilen geht nicht geht nicht so war jetzt ja und dann das habe ich ja schon immer gerne gemacht auch in anderen Spielen beispielsweise halt das ist noch eine die Straße schade wir sind gekürzt nö das wäre ein Weg ja den können wir doch gut gehen oder super gut können wir von hier aus nämlich gleich hier den kurzen Weg nehmen ohne die große Kreuzung zu fahren hätten wir einen smoothen Übergang ja das finde ich gut wie sieht es hier drüben aus viel zu tun keine Leute nichts zu machen und langsame Wege wir brauchen eigentlich mehr Baufahrzeuge mehr Baufahrzeuge mehr Busse haben wir jetzt noch noch ein Kipplaster haben wir hier schon jetzt haben wir hier Kipper Mischer wir brauchen noch Kipper Kipper immer Kipper und deswegen wollte ich halt auch ganz gerne dass wir da hinten achso nicht in dem Gebäude sondern in dem Gebäude ähm dass wir das Kieswerk schon mal kriegen dann haben wir nämlich da schon mal richtig was geschafft und wenn wir das auch noch neben das Bauern stellen ja hier zum Beispiel brauchen wir nur nebenan das Lager Kies rauskreppen und fertig ist die Lage Laubel Frage wieder Feuer okay wir sind bei fast 38 minuten das heißt wir sollten dann durchaus jetzt bei den 40 minuten bleiben ich hoffe euch passt das da auch ganz gut wie sieht das hier überhaupt aus das ist 14 Leute auch schon drin achso das haben wir ja gesagt das dürfen die ja was haben wir da Spiritualität zwei gemeldete Straftaten das passt auch läuft ne sieht jetzt hier aus ein Arbeiterkonferenz arbeiten wegen Platz im Kindergarten und drei Arbeiter ohne Job kommen die zur Haltestelle ja das heißt die könnten wir dann auch mit dem Bus wenn es ein Arbeiter wäre wenn wir dann hier arbeiten kann beispielsweise können wir nochmal ein Arbeiter haben eine gemeldete Straftat ah kein Mitarbeiter da kann ich aber nicht viel bei machen wir könnten auch von hier hinten ein paar rüber schubsen so ein bisschen aufteilen so haben wir hier ein paar mehr aber jetzt auch normale Arbeiter sehr schön wollen wir ja nicht nur die Obrigen finden läuft alles es läuft alles wirklich gut also wirklich gut wir kriegen im Moment zwar nicht mehr aber wir bleiben bei dem wo wir sind Arbeitslosigkeit 1% Regierungsloyalität Kriminalität ist im Moment schon ein etwas größer werdendes Problem wie ich gerade sehe 277 finden Kriminalität nicht gut das ist nicht gut Regierungsloyalität die schwindet da müssen wir mal ein bisschen was machen wir haben jetzt schon das eine Bauwerk die Bänken ein Denkmal da vorne zum Beispiel hingeschmissen können wir jetzt natürlich ja ich würde das nicht so ein großes Gerät machen ein Kinderspielplatz oh ein Kinderspielplatz cool ist das dann bitte hier beim Bus beim Busbahnhof wenn man mal länger wartet guck mal hier ein Kinderspielplatz vor der Dings hier vor der vor der Schwimmhalle das finde ich super finde ich richtig gut so der Schnee ist da meine Lieben und wir sind am Ende der Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen hoffe dass euch Spaß gemacht hat würde mich über ein Däumchen freuen über jeden einzelnen Kommentar von euch und würde sagen wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge Workers & Resources hier auf Kante zockt bis dann euer Kante Tschüss